So Leute, wir haben es so gut wie geschafft. Es fehlen nur noch mehr zwei Gemäldegeister und die vier letzten Buhus. Dann haben wir das endlich geschafft. Dann sind wir richtig cool. Dann sind wir der coolste und beste und mutigste Geisterjäger überhaupt. Und jetzt geht es nach längerer Zeit wieder zurück in den Keller, weil wir da noch einen Schlüssel haben. Und jetzt bin ich gerade eben gespannt, ob im Sicherungsraum der eine Buhu wieder da ist, der mal entwischt ist, oder ob der immer noch woanders ist. Ah, der ist wieder hier, Leute. Der ist sogar wieder hier. Der ist mir nämlich leider einmal entwischt und dann ist er, jetzt ist er halt wieder da. Irgendwo hier bei den Fässern, hm? Ne, Bombe? Was soll das denn? Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Ich finde dich. Mensch, wo ist denn der? Da ist er. So, Buffalo Boo, er hat immer noch den Schaden vom letzten Mal. Hältst du die Leine, Partner? Nee. Ah, komm her, komm her, komm her, nein, komm her, nein, fies. Das war so klar. Aber jetzt hat er nicht mehr viel. Also wenn ich ihn jetzt nochmal aufstöbere, dann kriege ich ihn. Dann kriege ich ihn, Leute. Dann entkommt er mir nicht noch einmal. So. Total dreckig hier. Hat auch schon lange keiner mehr geputzt. Wie eigentlich in der ganzen Villa. So, da ist er. Er hat aber 10 Lebenspunkte. Okay, jetzt ist er wieder da drüben. Und jetzt kriege ich ihn. So, eigentlich kann ich über die Decke auch abkühlsen. Brauche ich da nicht ständig durch den Staub laufen, den wegsaugen. So. Buffalo Boo. Wer denkt sich diese Namen aus? Im Englischen heißen sie doch ganz anders. So, hier 8 Lebenspunkte, ist ja lächerlich. Jetzt gehörst du mir. Na, endlich. Da waren es nur noch 3. Stimmt's dir, Professor? Diesen Boo-Hu hast du wirklich Problem. Das ist abgefertigt, Luigi. So. Drei Boo-Hus, Leute. Nur noch drei Boo-Hus. Und die kommen alle noch. Die kommen alle noch zu mir. Beziehungsweise ich komme zu ihnen. Halt die Klappe. Ist ja nicht zum Aushalten. Der Heizkeller. Ja, muss ja auch mal sein. Das wäre sonst arschkalt in der Villa. Als ich nicht irgendwo einen Heizraum gebe. Und ernsthaft. Ey, diese kleinen Minigeister sind wohl Leer-Fisch. Nein, 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 nein. Lass mich ja in Ruhe. Alter. Haust du ab. So. Hier gibt es sogar noch Eis. Denn das Zeug hier können wir einfrieren. Ey, pass auf, Luigi. Ne, das ist nicht der Boo. Das ist wieder nur ein dämlicher Ball. Wo ist der Boo-Hu? So viele Möglichkeiten hat er nicht. Der versteckt sich natürlich im Eimer. Ah, genau. Oh, noch mal ein 300er. Ich bin Bouffeur. Tolle Frisur. Ach, dankeschön. Der erste Boo, der mir Komplimente macht. Er ist der Bouffeur. Statt der Friseur ist er der Bouffeur. So, den werde ich auch nicht sofort kriegen, weil er jetzt wieder weg ist. Fieses Schnitzel. Oh, das Herz kann ich jetzt gut gebrauchen. So. Da hat sich einfach mal eine Schatztruhe versteckt hinter dem Wasser. Mit einem Schlüssel. So. Und der ist natürlich gleich für den Raum unterhalb. Und dann war es das auch schon wieder hier. So, und wo ist jetzt der Boo-Hu hin? Der müsste jetzt auch wieder da drüben sein, oder? Ah, die 300er sind echt die Schlimmsten. Ihr müsst euch das vorstellen. Die haben mehr Lebenspunkte als die Gemäldegeister. Das ist voll übel. So, ist der jetzt auch wieder hier drin? Ja, ist er. Ist er, ist er, ist er. Aber wo? Ich bin wieder bei den Holzfässern hier. Bei den Weinfässern, oder was? Komm raus. Jetzt bist du doch besoffen. Da ist er. Hä? Du hast wohl Läuse? Äh, ne, also das lasse ich mir nur nicht nachsagen. Das war jetzt mal ein bisschen zu frech. Bleib mal schön hier. Spacko. Der sagt dir, ich habe Läuse. Habt ihr das gehört? Was bildet er sich ein? Frechheit. Na warte, den schnappe ich mir. Schon alleine dafür, dass er sowas über mich gesagt hat. Also über Luigi. Luigi hat doch keine Läuse. Da bist du ja wieder. So, nur noch 33. So. Und jetzt kriege ich ihn. Und Leute, ich bin mir nur mit zwei Buches. Nur noch zwei. Und da muss ich genau aufpassen, dass ich dann nochmal speichere. Da wird doppelt und dreifach bei Tod gespeichert. Es wird, in dem Part wird es passieren, Leute. Es wird passieren. So. Kommst du jetzt endlich mal her. Jetzt ziehe ich dir einen schönen Mittelscheitel mit meinem Staubsauger hier. Und tschüss. Endlich. So. Hast du das gesehen? Ich habe es zum Schluss einfach aufgegeben. Wenn die so wenig Lebenspunkte haben, können die eh nicht mehr viel machen. So. 48 Buchs, Leute. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Nur nochmal zwei Stück. Zwei Exemplare und dann haben wir sie alle. Endlich. Es wird in dem Part soweit sein. Aber jetzt müssen wir noch einmal. Müssen wir uns nochmal anstrengen hier unten. Denn hier haben wir jetzt. Halt die Schnauze. Nein, 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 nein. Das findest du lustig, ne? Ich nicht. So. Ach du Scheiße. Der Kühlraum. Brrrr. Oh mein. Leute, sind wir da hinten. Da ist ein Geist. Der ist eingefroren. Verdammt. Ich mag die Kälte. Ich liebe sie schlicht und ergreifend. Ein Geist. Auf Eis. Deswegen haben wir hier Feuer. Der Typ ist leider einer der am für mich persönlich am schwierigsten zu fangenen Geister. Weil ja der Boden aus Eis ist. Der ist rutschig. Und die Eiszapfen noch dazu. Also den habe ich auch nie auf Gold geschafft. Never. Der wehrt sich erstens auch ziemlich heftig. Und schon alleine wegen dem rutschigen Boden. Also den mit Goldrahmen zu schaffen ist echt sauschwer. So. Aber jetzt taunen wir ihn erstmal auf. Heiß. Autsch. Verdammt. Das ist viel zu heiß. Ich werde in dieser Hitze kochen. Ich werde zerschmelzen. Hast du diese Feuer entfacht? Was hast du dir dabei gedacht? Wenn jemand in dieser Villa ein Feuer entzündet, sollte er sich auf die Konsequenzen gefasst machen. Und jetzt lerne deine Lektion. So. Guck dir das an, wie mich der hier angreift. Ich muss ihn jetzt nämlich nochmal extra auftauen. Dass ich ihn überhaupt einsaugen kann. So. 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 Komm, gib mir wenigstens den Silberrahmen, bitte. Wenigstens Silber. Ich flehe dich an. Ah. Ja, ich wusste es. Für Gold reicht es nicht. Aber Silber haben wir. Silber ist auch okay. So. Jetzt muss ich ihn hier nochmal aus dem Eis rausholen. Muss ich ihn nochmal auftauen. Aber hier, diese Eistapfen, das ist voll nervig. Komm her. So. So. Wir haben es geschafft. Jetzt gibt es hier natürlich noch den vorletzten Buhu und einen Schlüssel für ein letztes Zimmer. Und da geht es nochmal richtig zur Sache. So. Komm raus, komm raus. Ist wahrscheinlich sicher noch ein letzter 300er Buhu. Also ein vorletzter. Ich glaube, der allerletzte will sicher auch nochmal 300 haben. Bin ich mir ziemlich sicher. So, Mensch. Wo steckt denn der? Ah, hier hinten. Bei den gefrorenen Fässern. Komm raus. So, da bist du. Ey, der hat nur 150. Ich bin ein Spurzbuch. Fang mich doch. Er ist gar nicht so leicht, wenn der Buhu so rutschig ist. Alter. Na, das war ja nicht so toll. Der hat nur 150. Er hat nur 150. Okay. Umso besser. So, ich zeige euch gleich, wenn wir da gefangen haben. Aber erstmal würde ich den Buhu noch haben. Mario, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir dich finden. So. Der Spurzbuch. Und schon wieder ist er weg. Alter, der ist ja wirklich schnell. Der Spurzbuch. Man kennt ihn. Er ist ein fieses Schnitzel. Ein flinkes, fieses Schnitzel. So. Ich kriege ihn jetzt wahrscheinlich immer noch nicht komplett, oder? Fies. Er wird dir auch nicht helfen. So, da bist du ja wieder. Komm her jetzt. Arsch. So, jetzt ist er hier. Gerade hier bei diesem ganzen Sandhaufen. Bei den Staubhäufchen. Ja, ich habe ihn. Endlich. Muhahaha. So. Der vorletzte Buhu, Leute. Hast du das gesehen, der Buhu? Zum Schluss einfach aufgegeben, Luigi. Jaja. Klappe halten. Ich habe zu tun. So, Leute. Ein letzter Buch. Ein allerletzter. Dann haben wir endlich alle 50. So. Und jetzt müssen wir leider nochmal einen ziemlich weiten Weg gehen, um in den Raum zu kommen, für den wir jetzt den Schlüssel gekriegt haben. Müssen wir nämlich wieder in die zweite Etage. Aber vorher gefangen haben wir soeben ihn hier. Der Gletscherkletterer Herr Alpenträumer. 30 Jahre. Die einzige Umgebung mag der Grund sein, warum er sich nicht dafür erwärmen kann, Geist zu sein. Hm. Naja. Der hat sich wahrscheinlich wortwörtlich zu Tode gefroren. Ist auch kein schöner Tod. Ganz bestimmt nicht. Tod durch Erfrieren stelle ich mir sehr übel vor. Richtig heftig. Ich könnte ja noch mein Herz oder sowas brauchen. Für das, was jetzt noch kommt. Aber das geht sich in den Part auch... Das geht sich auf jeden Fall aus. So. Ich werde auch jetzt schon mal bei Tode speichern. Einfach, weil ich's kann. So. Und wie gesagt, der allerletzte Wuhu, Leute. Der allerletzte. Wird nochmal einen goldenen Diamanten droppen. Und wenn ich den habe, wird dann nochmal bei Tode gespeichert. Weil sonst ist der wieder futsch. Und das geht gar nicht. Da hab ich mich so geärgert bei dem damaligen Let's Play. Und ich kann bis heute nicht sagen, wo ich mich da wirklich drauf vergessen habe. Entweder hatte ich schon keine Zeit mehr und hatte es eilig und musste ganz dringend den Part beenden, weil irgendwie schon die Festplatte zu voll war oder keine Ahnung. Ich kann's echt nicht mehr sagen. Es ist schon einfach so lange her. Jetzt nach so vielen Jahren kann ich das jetzt wirklich nicht mehr sagen, warum ich da vergessen habe, extra nochmal bei Tode zu speichern. Vielleicht, weil ich davon ausgegangen bin, naja, ich hab nach dem Buch eh gespeichert. Aber halt eben nicht nach dem Einsammeln des goldenen Diamanten. Und das war der Fehler. So, Energie ist wieder voll. Und jetzt kommen wir zu unserem allerletzten Gemäldegeist, der sich die ganze Zeit hier oben in diesem einen Raum versteckt hat. Der allerdings dennoch kein wirklicher Bossgeist ist. Und zwar hier drüben. Und zwar hier drüben. Ah, oui, oui. Du warst es nicht wahr. Du störst mein jenseitiges Werk. Du Interwälter siehst nicht das Leben in meiner Kreation. Ah, oui, oui. Ich zeige dir die Meisterhaftigkeit meiner Gunst. So, Leute. Der Typ belebt jetzt hier die ganzen Gemäldegeister zum Leben. Also hier drinnen. Die, die er selber gemalt hat. Diese ganzen Geister. Und die muss ich jetzt der Reihe nach alle einsaugen. Alle. Sind, glaube ich, eh immer drei. Und in der schweren Wilder sind es sogar fünf gleichzeitig. Das ist noch schlimmer. Hey, Schlampe. Was sollte das? So. Kommen automatisch die Nächsten. Oh mein Gott. Jetzt kommen die Dicken. So. Feier und erhol. Was sagt der eigentlich? Kann ich in Ruhe mal kurz den Scannen, bitte? Ich will nur wissen, was der sagt. Ah, oui. Ich weiß nicht, ob er die Wichtigkeit meiner Meisterwerke überhaupt versteht. Äh. Nein, nicht unbedingt. Rich ist jetzt kein Kunstkritiker. Aber das kann mir ja scheißegal sein. So. Ihr seht, was da noch alles auf mich zukommt. Und ihn selber muss ich ja dann am Ende auch noch einsaugen. Ist ja klar. Aber das geht erst, wenn ich alle anderen Geister habe. Dann flippt der nämlich völlig aus. So. Ist voll noch so ein Opa-Geist. Obwohl, ich glaube, ganz so mega alt ist der auch noch nicht. So. Jetzt kommen hier diese roten Typen, die einen packen. So. Triple saugen hier. Yeah. Triple Blowjob. Und. Erwischt. So, jetzt kommen die mit den Masken. Verdammt. Einer ist entwischt. Da ist er wieder. Kommst du her. Voll das so ein Franzose, ne? So ein französischer Geist. Und. Oh mein Gott. Jetzt kommt die Bananenfresser. Die sind die nervigsten von allen. So. Schön hier bleiben. Die fuck ich jetzt einfach ab. Ich hab genug Feuer. Für euch alle. Burn. So. Los, den einen noch. Komm her. Genug gefuttert. So. Und zum Schluss kommen noch mal Bombengeister. Und das war's. Ich hab sie alle. Meine ehrlichen Werke. Selbst wenn ich verbleiche, wird mein Werk andauern. Oh, oui, oui. Ganz recht. Nächster Pass. Gunst ist unsterblich. Na nu. Was heißt hier? Nur eines meiner Werke ist noch vorhanden. Das ist völlig unmöglich. Es ist zum Eulen. Es ist zum Eulen vor allem. So. Komm her, Opi. Du bist der allerletzte Gebildegeist. Dann hab ich sie alle. Wieder eingefangen. So. Komm her. Nein, du Hurensohn. Ich hasse ihn. Viel zu sehr wehrt es sich noch, der alte Sack. Ist wieder typisch. Wieder kein Gold. Mann, du bist doch scheiße. Ich kann auch nicht mehr den Stoppsauger benutzen. So. Und ich hab ihn. So. Und. Ja, genau. Es gibt ja noch einen letzten Boss-Schlüssel. Obwohl er selber gar kein richtiger Boss-Gest war. Aber damit können wir endlich zu König Buhu, Leute. Damit können wir endlich in den verborgenen Altarum, wo Mare festgehalten wird. So. Und jetzt gilt's, Leute. Jetzt gilt's. Der letzte Buhu. Der fünftigste und allerletzte. Versteckt sich irgendwo hier drin. Und da ist er. Na klar, hat er noch mal 300. Boutique chic. Boutique chic. Ja, aber so wie immer. Ich spreche leider kein Französisch. So. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. So. Komm her. Komm. Komm schön her. Komm schön her. So. Ich krieg dich. Come on. Oh, Mann. Ist das ätzend. Aber das ist der letzte. So. Immer schön gucken, dass der in den selben Raum wieder reingeht. So. Jetzt krieg ich dich aber. Komm her. Jetzt krieg ich dich. So. Und jetzt Achtung, Leute. Achtung. Da ist er. Oh mein Gott. Da ist der Diamant. So. Herr Professor. Nicht zu viel Quatsch. Nicht, dass das Ding auf einmal sich auflöst. Aber ich glaub nicht. So beeindruckend, Luigi. Jetzt sind alle Buhus eingefangen. Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass du alle erwischst. Du bist ein wahrer Buhumeister. Jetzt musst du nur noch deinen Bruder finden und zurückkommen. Das schaffst du bestimmt. Aber sei trotzdem vorsichtig. So. Wie gesagt. Ich kann jetzt sprechen, weil ich den Buhu habe. Aber. Jetzt ist wichtig. Den goldenen Diamanten einsammeln. Und damit. Noch einmal bei Toad schweigen. Gibt es ja eigentlich ein Spiel oder so? Nee. Weil der hat die Truhe gemalt. Und jetzt ist die Truhe auf dem Bild sogar offen. Genial. So. Leute. Ich habe es endlich geschafft. Alle 50 Buhus sind gefangen. Der goldene Diamant wurde eingesammelt. Das ist jetzt der zweite. Den anderen haben wir ja von der Pflanze bekommen. Die wir brav gegossen haben. So. Ich glaube hier gibt es ein Spiel. Genau. Und jetzt wird bei dir nochmal doppelt und dreifach gespeichert. Du Spacko. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe dich in Angst. So. Speichern. Speichern abgeschlossen. Wir haben es hier. Weiß auf dunklem Hintergrund. Was auch immer. So. Mit dem Feuer. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Oh mein Gott. Leute. Das war jetzt übrigens. Das war. Unersättlicher Künstler Van Gaet. Das ist eine Anspielung an Van Gogh. 59 Jahre. Zwar hat er in 30 Jahren nichts verkauft. Aber der sture Kerl will seine Kunst nicht sterben lassen. Ja. Pech gehabt. Jetzt ist er selber tot. Und eingefangen. Ach. Ist das nicht herrlich Leute. Alle Gemäldegeister sind wieder an Ort und Stelle. Natürlich müssen wir jetzt noch das Spiel durchspielen. Dass die restlichen Geister noch zu gemägen werden. Und. Ja. Das sind im Moment meine gesamten Ersparnisse. 1151 Goldmünzen. 992 Geldscheine. 52 Goldbahnen. 105 kleine Perl. 57 mittlere und 8 große. 9 Sophiere. 10 Smaragde. Und 9 Rubine. 5 weiße Diamanten. 1 roter. Und die 2 goldenen. Und damit darf ich mich verabschieden. Der letzte Part wird der nächste sein. Der nächste Part wird der letzte sein. So stimmt es eigentlich. Der nächste Part ist dann definitiv der letzte. Das geht sich dann wunderbar aus. Dass wir dann auch den Bosskampf gegen König Buhu machen. Und der hat es auch nochmal richtig in sich. Also da nicht getroffen zu werden. Ist schon ziemlich schwierig. Finde ich. Deswegen sprechen wir nochmal mit Toad. So. Puh. So. Also Leute. Ein letztes Mal noch. Bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion. Dann sind wir endlich durch mit dem Spiel. Also macht's gut. Bis zum grande Finale. Tschüss. Mario.